Hallo und herzlich willkommen zu deiner Aufnahme Minecraft Du bist laggy wie die Sau Oh ja Aber mich hört man, egal Ähm, ja, was hat sich geändert? Eigentlich noch nix, wir haben nix gemacht Mit dem, äh, Luca Yeah! Haben wir, glaub ich, gehört, ne? Julian ist auch dabei, äh, Star W3 halt, ne? Alles normal Ja, was immer noch nicht geblickt hat, äh, fuck you too, ne? Ja, ähm Wart fühlen sie? Sackfalten hier, Sackfalten da Achso, ich hab, ähm Wenn ihr gemerkt habt, dass es in der Bei dem, bei dem Upload, äh, auf YouTube, dass es da ne Extra-Folge gab Müsst ihr mal gucken gehen Was für ne Extra-Folge, Alter? Ja, gibt ne Extra-Folge Warum? Weil, halt Weil, halt Wo bist denn du eigentlich? Masturbieren? War nicht eingeloggt Nee, ich mein nicht dich Was wollte ich denn machen? Ah, Fahrmaschine Erstmal, einfach gucken, wo ich fahre Klar läuft So Moment kurz, noch 59 Sekunden, dann ist Selbstzerstörung eingeleitet Alter, jetzt hör auf mit Eve zocken, du Mungo Nein, Digga Ich muss wie erst so schnell saven Außen kam mein Zeug gerade eben an Ich hab auf dem Contract den ganzen Tag gewartet Alles klar Mungo So ist Niko bei dir auch grad so leise geworden Das gibt voll den Krieg Ist er Aber egal, solange er uns hört, weil er ja auch So Solange die anderen ihn auch nicht leise hören, ist alles okay Ja, passt Ähm Kommt, ne Hope würd ich holen Digga, was ist denn grad so laggy? Keine Ahnung Keine Ahnung Bei mir ist komisch, ich nehm auf einmal mit 120 Frames auf Ich wunders nur, wieso Du ja dann am PC, ne? So weißt du Ne, ich hab auf Raps eingestellt, dass ich mit 60 aufnehme Danke Niko übrigens fürs Gestein wegräumen, ne? Hab ich gern gemacht, aber die Extrafolge ist eine Stunde lang, in der ich das abbaue, damit keiner mir irgendwas sagen kann Ja Niko, da ist irgendwas anderes gemacht Weil ich mir gedacht hab, ich will das auf keinen Fall in der Aufnahme drin haben Also in der Aufnahme, wo wir zu dritt zocken Okay, gut Äh, dir ist schon klar, dass wir da noch ein bisschen was reindern müssen, ne? Meinst du weiter? Ja, ja, klar, natürlich Alter, mach was aus Was? Hast du das auch gehört, Julian? Nein Nee Nicht? Für mich ist grad so mega übersteuert Okay, komisch, stell mich ein Ticken leiser Ähm, ich will auf jeden Fall diese Folge mit dem Monsters vorne anfangen Damit der Scheiß endlich mal gemacht wird Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir den ungefähr bauen können, aber Aber Ist halt, ist halt, ist halt was anderes, weißt du Der, der sieht halt anders aus, der Spawner, als die, als die Standarddinger Aber die normalen, die sind ja quadriert Jo Boah, ich war, ich war auch so warm Alter, es war heut so mega warm Das war so scheiße heiß, Alter, richtig krass Ich hab gefroren, wieso? Was? Alter, es waren, wie, wie viel Grad waren heute mehr als Standard? Äh Ziemlich Mehr als Standard Ja, mehr als Standard im Winter, ich bitte dich, wir hatten, wir hatten, wir hatten Herbstwetter Ist so Digga, ich frie jeden Winter eigentlich War schon fast so müde Ja, aber guck mal, guck mal, hast du rausgeguckt, es ist seit einer Woche ist irgendwie kein Wölkchen am Himmel Es ist entweder arschkalt oder irgendwie 15 Grad, ich weiß aber nicht warum Aber Ich find, ich fand's chillig heute also Ja, ich fand's auch chillig Ja, hat's gefallen, das Wetter Ja Nur, dass halt auf einmal, weißt du, du kommst, du bist so, bist so auf kalt eingestellt, gehst du raus Und bam, erstmal schwitzen Erstmal richtig hart schwitzen So, ich geh jetzt mal anbauen So Ah, ich freu mich so hart auf Daisy, ich krieg's einfach, äh, ich hol's mir einen Weihnachten, an meinem Geburtstag hol ich's mir Ich werd's vielleicht nachher nochmal spielen, mal anzucken, mal gucken, wie's so ist Du kannst ja mal gucken, wie's so ist Ja, das müsste eigentlich gehen Sag mal, wenn ich auf dein Steam-Account einlogge, ne, lass es mir runterladen Mhm, kannst du's nicht spielen Also, normal nicht, ne? Können wir jetzt zusammen spielen Ja, genau so Ja, das geht darum, wir uns aufnehmen, ne? Alter, du nimmst nicht mein Spiel auf, du Affe Hä, wie meinst du? Ne, Julian, wie meinst du wegen dem Aufnehmen? Ja, er kann auch gar nicht zocken Also, ähm Nur einer von euch beiden könnte dann theoretisch zocken Ja, gut, ne, muss ich mir die Tage mal kaufen Ja, musst du Wäre ratsam Alter Also, Marcel, wir müssen auch Marcel fragen, als ich's gesehen hab, ne? Als ich's gesehen hab, ne? Was? Er hätt mir wieder nen Bluter dabei Ja, fick dich Nee, Marcel, mein Nein, nicht du, Marcel Also, ich hab mir echt ein Ei abgefreut, als ich die Nachricht gestern gesehen hab Ja, das glaub ich dir Ich hab, ich hab dir, ich hab mir eins abgefreut, als ich deine gesehen hab Ja, hallo? Als du mich abgekackt bist Ey, ich hab, ähm, ich hab, ähm, auf, auf, äh, da sag ich wieder nen anderen YouTuber-Namen, das nacht mich jetzt wieder Ja, komm Ähm, ich hab, äh, vor ein paar Tagen so, ähm, äh, ich lach ja immer Videos runter und guck die dann irgendwann später, weil ich hab die Zeit nicht direkt zu gucken Illegal Bei Ellotricks war eben mal wieder so ein Video Und, ähm, da war eben so ein Teil, dass sie sich aufregen, was, äh, wie scheiße die Mädels sind Und dann war das halt echt so richtig so upgrade, so die ersten 10 Sekunden kamen so Die Schlampen Alter Alter, richtig krass, so richtig abgegangen Sag mal, hat einer einen Plan, wo uns rüber war? Wo was? Wo ist unser scheiß Hütchen? Ich find nen Drecks Eingang nicht mehr BZW, ich find nen Rückweg nicht mehr Ja, ich, du wirst mich gleich sehen, Eingang Hä? Du wirst doch nen Riesenpimmel sehen Bin stück weggelaufen Ja, such den Riesenpimmel, das ist doch voll riesig Minus 400, 1300 müsste es glaub ich sein Ich fang an, äh, äh Ah, hier baut die Map nicht mehr auf, hier bin ich richtig Minus 400? Minus 400, 1400 Grob gesagt, ja, aber ich glaub 1300 könnte auch sein Ähm, wer will helfen, Unterspawner bauen? Ah, ich komm gleich Luca, willst du helfen? Äh, ist grad schwierig Das heißt? Wir sind grad auf der Welt Hä? Wir sind grad auf der Welt Achso, ihr habt ja ne, ähm, Ding gesucht gehabt, ne Wüste Jo, haben wir Habt ihr ihn gefunden? Nö, immer noch nicht Komisch, wie versteht man sich? Aua Gott, Alter, schlecht Holz, brauch ich Holz? Ne Wasser bräuchten, wie man das sagen Da, Wasser einmal Natürlich Pflasterstein Ähm Ähm Oh, ich will irgendwie raus aus Deutschland Wann bock mal WTF geht bei dir schief? Ich hab so ein geiles Schulsystem gefunden Ich hab so ein geiles Schulsystem gefunden Und zwar heißt es Äh, lass mich lügen United World Colleges Ich würd's anal fürs Ding nennen Nein Es ist, es ist einfach so, ja, Colleges Wo sich, also in vielen verschiedenen Ländern Ich glaub in zwölf verschiedenen Ländern Wo viele verschiedene, naja, Jugendliche hinkommen Aus vielen, aus vielen verschiedenen Ländern auch Ja Irgendwie aus 180 verschiedenen Ländern Mhm Und halt 300 Schüler pro, äh, 300 Schüler pro Schule Und das ist dann, ähm, zum Beispiel jetzt in Swaziland in Afrika Oder in, äh, in Amerika irgendwo dort In New Texas Digga, du würdest in Afrika, glaub mir Nö, würd ich auch nicht Aber, es gibt verschiedene Ja, das war ja auch das Beispiel, würd ich jetzt mal sagen Ja, eben, war nur ein Beispiel Ja Und dann machst du dann für zwei Jahre Machst du dann dort eine Schule mit den anderen Und, ähm, den Abschluss Den Abschluss, den du dann am Ende hast Das ist ja gleichwertig wie ein Abitur Mhm Und es zählt aber nicht nur die schulischen, ähm, die schulischen Leistungen Sondern auch die, die außerschulischen, so wie, also Freizeitsachen, Freizeitgestaltung Wie zum Beispiel auch jetzt in, in, in Wales war das glaub ich Ähm, war das, da war irgendwas Ähm, Küstenrettungsdienst oder sowas, weißt du, dass ihr eure Freizeit irgendwie so gestaltet Ganz, ganz, ganz kleine Unterbrechung Äh, hat einer von euch einen Baum auf dem, auf, äh, unter dem Pimmel gemacht Er ist nämlich riesennützlich, äh, richtig nützlich gemacht Die Ranken, die helfen nämlich genau, die helfen nämlich genau so, dass man hochkommt, überhaupt, dass man überhaupt hochkommt Julian, guck mal, der Baum Die Ranken hier auf dem Baum, die helfen genau, dass man da, äh, nach oben kommen kann Ne, ne, da kommt man auch hoch, beim Map-Lead immer noch nicht ganz nah, hier Ja, mach halt, ähm, ich hab meins zum Beispiel auch jetzt auf, äh, 14 Chunks nur noch Ja, für Chaos 1, hab ich das letzte Mal noch auf 16 Chunks hochgedreht Ja, auf 16 lädt es irgendwie gar nicht Sie haben aber bei, jetzt, wir sind ja jetzt, äh, wir spielen jetzt in 1.4 Was? Ja, sie haben's ja geupdatet, nicht gemerkt 1.4 Äh, äh, ganz knapp, 1.7.4, sorry Ähm, ja, sie haben ja, sie haben ja, wir haben ja nicht geupdatet, jetzt gibt's hier Äh, vorher waren die Chunks irgendwie nur bis, äh, Render Distance 8, war, ging überhaupt eigentlich nur An, alles andere ging gar nicht Ja, jetzt seh ich auch wieder was Okay So, und jetzt geht es jetzt gefixt Ähm, Julian, willst du unten anfangen, dann baue ich oben schon mal zu Ja, wir haben unten erstmal einen Boden reinzimmern, ne? Ja, brauchst du Stein Ich geh mal schnell runter, hol ein paar Sachen Außerdem bin ich fast Level 30, mach kurz mal Ich baue oben noch Wir fehlen noch 6 Level, dann, äh, mach ich das, ich geh höchstwahrscheinlich irgendwann drauf Ja, was, bei sowas verreckst du doch nicht Du kennst mein Talent Alter, wir sind, das sind 5 Blöcke, die du runterfällst Von ganz oben Nein, ich mach das ganz oben Mach du, mach jetzt immer du, äh, unten im Boden rein Wart kurz mal, ich mach's erstmal Ähm, ja Voll die geile Folge, ey, ich schwimm nach oben Heftig Cut halt schnell Nein Du schaust wieder nach oben, während du runterfällst Ja, ey, das war immer so'n Fail, weißt du, ich guck, ich guck nach oben, denk mir so Lalalala, tot, hä? Das war, wo war Nico-Style Das war richtig Nico-Style Hm, Toni kann jetzt übrigens aus Silvester mitkommen, find ich richtig nice Ah, ich habe jetzt gehört Äh, Luca Ja? Wenn du Mädels willst, bring mir welche mit Ja, eben, das weiß ich Ja, eben, das weiß ich Ich bin, äh, ich weck mich noch nicht sicher, aber ich komme Geht mich statt Geht mich statt Wenn du Mädels willst, bring mir welche mit, hab ich grad verstanden Ja, komm, ich hab gesagt Ja, Julian, welche mitbringen, meine ich Achso Was bringen, bringen mir welche mit, da hab ich verstanden Aber hey, what the fuck, Yula, was gibt bei dir? Ey, Alter, stellt euch vor, wir bauen diesen, diesen, äh, also den, den Monster-Spawner bis ganz hoch in den Pimmel rein In den Pimmel rein, oder? Ja Also jetzt mal metaphorisch gesehen Stell dir's mal vor, weißt du, wie viel dann runterkommt? Da kannst du, ne? Da kannst du permanent dastehen und Warten und draufkloppen Achja, ich hab übrigens einen neuen Bauplan Ich hab mir was Neues überlegt Voll lustiges Bauprojekt Ich hab ne Tier-Doku geguckt Über Haie Oh Gott Und da kam, äh, weißt du noch, weißt du noch, Geil damals Über, also Megalo dann war richtig geil und so Bester Hai ever und so Und wir gucken so ne, wir gucken so ne Doku bei Toni so, ähm Weil wir, wir, ähm, wir antizipieren uns ja auch manchmal, dass, äh, dass wir nicht nur oben rumgambeln und nichts machen Oder, oder zocken oder keine Ahnung, ja eben Ähm Guck unten aber mal so mit fern was so läuft Und es läuft halt echt gar nichts Also es lief halt wirklich null So Okay Das, das, das wär interessant ARD zu gucken So, so in dem Style Und dann kam halt dann so bei N, bei NTV, kam halt dann Dokumentation über, über irgendwas, ähm, äh, über, verdammt, Haie Und dann war da so ein Koralldrift und ich hab jetzt da irgendwie so gedacht, Alter, unter Wasserwelt zu bauen müsste ziemlich geil sein, so, sowas, ähm, deswegen brauch ich jetzt nen Arsch voll TNT Ja, so Rapture mäßig was Äh, ne, ich mach mir in der Höhle, ich mach, ich hab vor mir ne Höhle zu bauen, äh, die mit eben TNT, äh, äh, natürlich, äh, so, äh, so halb natürlich, äh, aufzukloppen Und dann lass ich von oben, ähm, lass ich überall Wasser runterrieseln Und dann je nachdem mit, äh, mit Glasblöcken und Schildern und Stufen und so werde ich mir dann irgendwie so nen Weg machen und dann in Häuschen rein, oder sowas Wupptidu, bin zurück Alles klar Ich hab jetzt perfekt Julian überbrückt Was? Und was habt ihr so für ein Bauprojekt so überlegt, was ihr so vielleicht bauen wollt, oder so Wollen wir mal schauen Wenn es was besseres gibt, in der Zeit, in der wir Monsters bauen, äh, können wir auch ein Gemeinschaftsprojekt machen Äh, Nico? Hm? Ich hab erstmal genug von großen Bauprojekten Achso Also schau mal Wie lag ihr die Folge bis jetzt schon? Also die Season? Äh, 35 Folgen, also Wiste, ich hab 35 Folgen nichts anderes gemacht als gebaut 34.1 Und gekloppt haben wir uns auch noch ein bisschen Und was? Gekloppt Ja, aber das war jetzt nötig, fand ich Ja, war auf jeden Fall nötig Das war auf jeden Fall lustig Das war auf jeden Fall lustig Platzier dieses Schild nicht Ja, Nico, ich versteh alles Ich versteh alles Hm? Du leckst Du leckst Wie so ne französische Note, Alter Hartgeld-Nüte 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 Keine Ahnung, warum ich lecke Warum du leckst, weil du es magst, weil du es kannst Ich Jedenfall Was? Ne Alter, wir haben drei Thronen voll Koppelstone Ja Schau mal wie groß die Halle ist Übrigens, wo runterkommt, leucht die mal aus, ne? Ich hab keine Fackeln dabei Ich hab Warte, ich hab Keine Fackeln dabei Das ist halt natürlich Premium Ja, bring halt welche hoch Spawnt da schon was drinnen? Gib den Tipp, wenns oben zu ist, spawnt hier drin sehr viel Ja, soll ja eigentlich auch Na gut, ich muss eh Level 30 werden Ja eben, geh runter, mach da Fackeln ein, kannst drin chillen Bis zum nächsten Mal Wiedersehen Dann Bis zum nächsten Mal